Willkommen auf emphasize.de Diesmal zeigt Daniel, wie man sich für ein neues Benutzerkonto registriert. Man klickt zuerst auf den Button dort rechts oben auf der Startseite und es öffnet sich ein Formular. Als erstes gibt man seinen Benutzernamen für das Benutzerkonto ein und als nächstes gibt man zweimal ein selbstgewähltes Passwort für den Login ein. Solange beide eingegebenen Passwörter nicht übereinstimmen, wird der Hintergrund rot angezeigt. Als nächstes muss man eine Bestätigungs-E-Mail-Adresse eingeben. An diese wird ein Bestätigungs-Link gesendet und erst damit ist das erste Login möglich. Unten kann man aus einer Auswahl eine Feldaufteilung wählen, mit der man starten möchte. Die AGBs sind zu beachten, hier wird bestätigt, dass man sie gelesen hat. Und schließlich gibt man den Capture-Code ein. Dieser wird verwendet, um sicherzustellen, dass die Registrierung tatsächlich durch einen Menschen und nicht durch einen Computer erfolgt. Falls man den Capture-Code nicht entziffern kann, kann er laut vorgelesen werden oder man erzeugt sich einen neuen Capture-Code. Das Formular bietet eine Online-Hilfe, mit der man weitere Informationen über jede Eingabe erhalten kann. Die Hilfe deaktiviert man auf die gleiche Weise, wie man sie aktiviert. Registrieren kann man sich dann mit einem letzten Klick auf Benutzer anlegen. Nach der Registrierung bekommt man Zugang für eine Stunde, um in einer Testphase die Funktionen auszuprobieren. Währenddessen kann man sich noch nicht anmelden, erst nach Klick auf den Bestätigungs-Link. Die Testphase beginnt mit aktivierter Online-Hilfe, sodass man sich gut mit allen Möglichkeiten der Schnittstelle vertraut machen kann. Zum Beispiel, wie man Felder aufteilt, wie man eine individuelle Spielfigur auswählt, wie die Zeit zurückgedreht werden kann und so weiter. Die Erfassung der Zeit für eine Tätigkeit beginnt, sobald man das erste Mal auf ein Feld, das einer Tätigkeit entspricht, geklickt hat. Wenn man die Spielfigur auf ein anderes Feld umsetzt, beginnt erneut die Zeitmessung für diese dem Feld zugeordnete Tätigkeit. Wird die Online-Hilfe nicht weiter benötigt, klickt man auf das große Fragezeichen unten links auf der Seite. Inzwischen sollte die Bestätigungs-E-Mail mit dem Bestätigungs-Link in Ihrem Postfach angekommen sein, um das Login zu vervollständigen. Nutzen Sie Emphasize für Ihre tägliche Arbeit. Ich hoffe, Sie finden es nützlich. Vielen Dank.